herzlich willkommen zu einer neuen folge wie rising und jetzt geht's ab auf die silberhügel wir erkunden einfach mal die gegner und sehen was so passiert um das Gegner da bin ich uns Küche und das in der Gegend um selbeschuld wir freuen sich alle FD Lukas Scheiß ich bin schon wieder in Zaun in die Gräte ich bin zu stehen ohne mehr Gegner ich hab sie dir erwischt, zeig dir wie es ist erwischt haben sie mich warum bist du so viel schneller wie naaa kommt doch mal ein gescheiter PC da kein gescheiter wo weiß ich dass es da lag in so einem coffee game da bei mir hat es noch gar nicht lag ich bin nicht voll zu weit weg von mir aber jetzt hat es lag ich muss den Computer 2-3-3 oh da sind noch mehr große Gegner oh da ist ein Bär oh da ist ein Bomb das ist einfach alles bleib einmal auf nein ich bin grad bei der 6-Mann oh ja da ist ein Bär unten nein ich bin gefesselt oh wie lang da kämpft ja alles da kämpft ja alles da kämpft auch eine volle Kante volle Ding au wow piu 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 ich bin ja Ulti hat alle besiegt außer der Baum nicht ha 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 na fein ich bin schon wieder gefesselt nein finde ich nicht und so ja wohin Willst du dir Hilfe? Nein, nein. Mein Schwert ist total nice. Also die Fähigkeit ist cool, die neue E-Fähigkeit. Wenn du den Gegner triffst, kannst du dich auch nicht stromen. Der Baum hat mich so... Man, jetzt kommt da noch ein Geier, der handelt. Jetzt muss ich gehen. Ah, da vorne ist mein Pferd. So, lieber mal weg. Er reiht zu spät durch Nacht und Wind. Den wisst der Vater an seinem Kind. Er hält ihn tapfer, er hält ihn warm. Sind das? Ja, ich glaube. Irgendwas mit Arm. In seinem Arm. Wahrscheinlich. Ich hab's mal los, wenn ich können irgendwann. Ja, ich hab's mal los, wenn ich können müsste. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Vielleicht Spoiler-Alarm. Ich bin nur um 18. Es ist... Ja, auf deinen Videos hab ich dir die Facecam wir gesehen. Ja, ey, ich will schon jetzt wohl jung aus. Hä, hallo? Sonst muss ich... Oh, jetzt sag ich nichts falsch. Einfach nur dreist. Ui! Da ist ja... Oh! 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 Die hab ich grad Call of Duty-mäßig vom Pferd geschossen. Was? Die sind 58 und stand da im Berg und sind normale Typen. Ja. Find ich glaube ich nicht so cool. Ich glaub schon. Wo sind wir denn da? Ich hab gar nicht... Außen Posten der Armee. Ah ja. Ich wollte grad grad sagen, ich hab noch gar nicht geschaut, wo wir so... wo wir überhaupt grad sind. Man könnte sich auch gerne links heben. Du musst da durch. Oh, da ist... Oh, da ist ein 64er. Hä? Schau mal halt mal. Echt, oder? Trifft ja eh nicht. Ich bin tot. Der schießt so ganz langsam, als hättest du nur die anderen wachen nach Pullen. Aber der weiß gar nicht, was er tut. Ah! Ja, hauen in die Höhle! Na, wie ein ganzer Spell ist vorbeigegangen. Oh! Oh! Ne an 30. Achso, nein, ich hab 52. Warte, was ist der Barbar? Jawohl, Barbar. Da kommt der gleich ein neuer Kleriker. 52. Und zwoffen Soldaten. Der ist schon Barbar 25, Barbar 36. Der ist voll gut. Ich hab Barbar 90. Aber ich glaub, ich merk auch nochmal da vorsichtig drauf vorbei, oder? Ja, 30 Prozent. Ja, wo laufen? Ah, die laufen da im Kreis. Warte mal. Ich muss gleich kurz mein... Mein Headset hat gepiept. Ja. Stelle verpasst. Okay, da vorne sind fliegende Viecher. Ah, noch besser. Hey, warte mal wegkommen. Achso, hier weg mit Ambush. Verdrängt, dass es die überhaupt gibt. Aber hast du mal nicht? Ja. Okay, ich hab keiner mit. Achso. Noch? Sagen wir da mal. Aber ich trau mich allein nicht. Du bist da schon so richtig vorbei. Vorbei ist eh grad. Aha. Oh, da ist schon was im Wasser. Die sind 62. Harpien-Zauberin. Oh, da kommt wieder die andere. Oh, da kommen noch mehr Fremde. Oh, da kommen echt viele, ja. Oh, fuck. Ich glaub, die schüssten. Die. Oh, fuck. Oh, lass mich durch. Mami. Oh. Tschüss. Ich hab grad noch ein kleines Schwefel mit. Oh. 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 Ist das da schon was für uns? Oder? Ja, das weiß ich auch noch nicht so. Ich glaube nicht. Nein, wir können nicht da vorne am Tor schon aufgehen. Ja, von mir aus. Achso, ja. Jetzt muss mir grad einen kleinen Schatten stehen. Ja. Ja. Mich da zu interessieren, was da rechts rein geht. Ich pull da mal so. Ja, ich muss auch noch. Boah. Ja, das war ja einfacher wie einfach. Das sind zwei Pferde. Da ist, weiß ich nicht. Oh, da hinten ist so ein dicker Jumper. Nein. 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 Und dadurch, dass wir... Hübsch... Hübsch was. Oder? Hübsch was. Holen wir dir da nachher oder... Kann man in den Schatten... Oh Gott. Okay. Oh, nein. Ah, kommen alle. 64. 50. Und... Und... Oh shit. Unsichtbar. 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 Oh. Hau. Ah. Ich muss da nicht ganz... Schatten Schatten Schatten. Ja. Sind sie denn da? Au. Au. Ist voll fein, dass Dos mehr doppelt. Du bist, äh, O67. Dass wir beide Dings spielen. Der Frosch-Ding da ist schon gut. Aha. Nach dem noch viel los. Ich muss den Trank nehmen. Naja, du hast gar nicht so viel Leben, gell. Gar nicht so gut. Dann, äh, einen Schluck Kaffee. Inkoffiniert natürlich, was ich wünsche. Ein alter Mann. Kann ich nicht mehr schlauern von New York City. Ich sag ja, Mitte, Ende 30. Ob das Ende zwei Klinge ist. Ah, er hat die getroffen. Hehehe, in die Luft mit dir. Au! Ey, die tauchen wir da rein. Wenn sie mal treffen. Ah, das wollte ich nicht. Abbruch, Abbruch. Ist eh sinnvoll. Da kann man sich ja instant killen. Naja, aber ich muss gleich nochmal aufdrucken für Abbruch. Oh, da haben wir 64 Kleriker. Vielleicht. Oh, ey. Ich geh mal in das Haus rein, als Ratte. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hat er dich hier erkannt? Ja. Ja. Ich wende das, glaube ich, nicht so gerne, wenn da ungezieferlich räumt ist. Ah, fuck. Alles hat gekostet. Au. Ah, das wollte ich doch nicht. Ja. Bringt der mich um und du schaust zu, oder wie? I tried. Ich glaube, das ist der Hint, das ist der Nächste, ey. Einige Pool. Oh, shit. 54. Und ich bin gesloten. Mami. Mami, Mami, Mami. Boah, wie ich verstehe nix, Brunge. Profi-Move. Ich heil mich mal schnell. Du, please. Hast du zu? Kann mich eh voll heilen. Und dann tät ich ihn dann gerade auszugeln. Wenn man so präsentieren kann, dass ich Päller. Ich glaube, ich präsentiere gleich mal mich auf dem Teller. Ich bin da, oder? Oh, da ist ja alles runter. Ja, das ist... Nein, ich habe die abgeschossen. Ich wollte auf jeden Schuss. Ach, der Frosch tut da. Au. Ja, er schießt in den Lauf. Jetzt. Du hörst mir. Ab in deinen Wand. Oh, na. Ich weiß gar nicht. Kommt das noch? Das kommt mir irgendwie bekannt. Ja, ich wollte gerade sehen. Das kommt mir irgendwie bekannt. Können Sie einen Kommentar schicken? Ah, Alter. Jetzt fängt das mal an. Boah, ah. Fick mich doch. Also bei dir, oder was? Ja, ich höre nix. Okay, ist schon vorbei. Geben wir uns die Schweine, was Nanu dir hat. Oh, dann bringen wir die kleinen Färkel aber nicht rum, oder? Oder wie herzlos bist du noch? Eisenbahn habe ich schon. Genau. Ist voll geil. Der bohrt neben mir und das hörst du gar nicht im Mikro. Siehst du mal, wie gut das eingestellt ist. Ja. Nur wenn ich rede, oder? Ja, super, aber... Nein, oder nicht? Echt nicht? Nein. Das ist ja einfach genial. Ich muss ja gar nicht eine Viertelstunde rausschneiden. Oh shit, ja. Das war vielleicht gar nicht so smart, da rein zu dashen. Oh, ich nehme die gerade vom Nährungstechnischen her. Oder nicht? Au. Ja. Hä? Sie hat's abgewehrt. Ich kann's nicht. Oh ja, ich kann auch nicht. Oh. Imperial erfahren. Das ist schon im Imperium. Das ist ein Behälter. Oh ja. Oh, ich hab 16 Goldmünzen dabei. Ah, Silbermünzen und das passiert mir nicht. Oh, ich nehme auch mit. Aber auch mit. Verstärkte Knochenachs, da wie ich kriegt. Super. Die macht 6 Damage und das Schwert macht 18 Damage. Schemata und Imperial erfahren. Ich füge mich gerade. Ja, der Nächste muss immer in den Auszug. Das ist ja fast so einfach da. Ja, das ist dadurch, dass wir zu zweit sind und wir so Profis sind. Ja. Ein Profi-Digger. Ah, schön. Ja. 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 Jetzt kann ich mir wieder ein bisschen sparen. Dann mache ich da gut den Double Exploder. Mann, der Typ hier regt mich echt auf. Ich ja. Au. Jetzt da. Oh, 31 Prozent. Baba. Ich hätte gerne noch ein bisschen Silberbarren, bitte. Okay. Da könnte ich so eine Trinkflasche füllen. Auch schon eine leere. Oh, ich habe eine. Ah, dann habe ich meine Esche mit Wasser gefüllt. Bring mir das. Geh jetzt Wasser ins Ufer. Kannst du ein Pferd geben? Ah ja. Mit einem Pferd geh ich. Oha. Herzlos. Ah. Nix das. Hör mich Peter anrufen. Peter. Dann wissen wir wenigstens, dass sie die in ihren Videos loggern. Ja. Danke Peter. Wie war's das jetzt? Was denn? Irgendwie schutz der Schuss. Als ob aufs das Dach hochkommst du. Aber du müsst doch der Leiter sie, oder? Mach mal. Ah, da hat der einer chillt noch einer. Der hat uns gar nicht be... Nee, hab ich extra einen geschossen. Haha, wieder schon. Da hat er nicht nur einer. Mann. Ja. Da bist du Garen, oder wie? Ey, Bruch. Helft. Eine für denen. Please. Bitte helfen sie mir. Ich bin in Gefahr. Ja, ich bin grad selber in Gefahr. Oh. Ja. Oh, so ein fetter. Tun die. Oh, okay. Die kann die healen. Super. Ja. Ein Lose-Vation. 25. Du weißt, das hielt viel schon. Die 25 plus, ich krieg auch noch 10, wenn ich nicht in den Stangen schüsse. Ich kann das dreimal schüssen. Das ladet sich dreimal auf. Ich sag mal auf Karte, sollen wir da rechts gehen, weil ich glaub auf das Harpiennest hab ich keine Lust. Ja. Und vielleicht ist da der Ember-Life-Hain Elementarmager finden diesen Hain hypnotisierend. Oh weh. Vielleicht sind sie ja hypnotisiert, dann können sie uns nichts täuschen. Ja. Mach super. Das war gleich die nächste. Aber gut. Der ist für 36. Ja komm. Ach so. Da kommt ja nur Abwechspringer gell. Oh, da hat sie planen. Ach so. Bist du Abwechsprunger? Ja. Ach so. Ich hab mir schon gedacht, du bist jetzt auch nervosiert. Der ist ja schon wieder die ganze Lüge. Oh man. Das arme Pferd. Ah. Die Ulti schneit in den Abbrief. Nein, ich hab's nicht gezündet. Das waren die anderen. Ja. Ja. Kann da nichts dafür. Aber ich hab gedacht, das ist ein gewaltfreies Spiel. Wie denn die Wolfsform da ein bisschen? Wir suchen dann immer noch Silber gell? Ja ja. Ich weiß nicht, falls es da schon immer wäre. Nein, aber nein. Ich schau eh gerade ein Glösser rum und nicht. But I haven't found it. Hm. Ah, hallo. Ah, servus. Ah, servus. Ah, hallo. Ah, hallo. Ah, hallo. Ah, hallo. Ah, warte. Ich tu jetzt mal heulen, nebst ihm. Ah, das hat gar nichts gebraucht. Ah. Ah. Ich glaube, ich hab... Ja, Silberherz. Ah, boi. Ah, oder? Ja. 27. 37. Nice. 37. Ah. Meeeer. 70. Gut. Hm. Ah, servus. Ah, servus. Was ist das da? Ah, Schwefel. Das hab ich schon ganz vergessen, aber das kann man auch ruchen, gell? Ja. Ich brauche mir viel für die blöden Geiselschweine. Das ist Schwein... Sch... Stein. Geiselschweine, ja. Ja. Ah, nein. Ich hab da Steine grad ein bisschen verwechselt, ne? Die Geiselschweine. Ach so, das muss ich. Ich hab ihn geschlagen und dann... ...hab mein Kopf schon an ein Schnitzel gedacht. Äh... Oh! Kommen wir da. Oh, die Pferzen. Schiii... Schiii... Sind denn die Oberbar? Ist doch gut gegangen. Ach so, der lebt noch. Oh, ich heal dich. Ja, das ist... Oh, full life. Danke. Ja, scheiße. Ich hab mich gut ausgegeben. Man, der kommt wieder. Au. Gut gepackert. Guck dir da. Ich glaube, wir machen mehr Damage, wenn die vereist sind. Au. Hä? Oh, shit, hier. Fuck, hier. Ich hab' nie können. Goldschmuck hab' jetzt mit. Ah, warte mal, der Hain ist rechts von uns. Der Hain... Der wird ja der Hain, oder? Äh, ja, können wir... Lassen wir mal da. Die Blutheilung. Wir waren doch grad rechts, ne? Aber... Die 16 wird, ich muss eine Ratte essen. Oh, na. Ekelhaft. Ah, da oben ist... Feuerle. Sind sicher ein paar Kollegen umeinander. Da ist einer. Oh, das ist die Elementarmarke... ... auf Level 64. Oh. Ja. Ja, ist halt mal ein spontaner Fight, da riechst du, oder? Hahaha. Die ist halt neun Level über uns, oder? Hä? Mann, warum ist... Was? Du bist schon ein Level über mir. Ah, ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, tu mal die Dingentanten, die ist schwer. Achso. Die ist auch. Ja, das ist schwer, hab' ich auch, aber... Und die Hain schon, die Guten, die... Arm, Beine, Füße... Die Gute Hain schon, die Gute... Ja. Ja, und Jägerumhang. Und der Geiselanhänger, hast du? Ja. Der hat bei dir... Der hat bei mir fünften. Bei dir ist besser, oder? Du schuss. Der Jägerumhang? Nein, der Geiselanhänger. Ja, bei mir auch fünfzehn. Okay. Und der Gnase-lose Eisensperr, den hast du auch. Mhm. Ja. Ja. Das ist überraschend. Sag ich, wenn wir noch zwanzig Sekunden gibst, dann... Das Problem ist, wenn wir tot sind, König, schau mal auf die Karte. Wir haben keinen Teleportpunkt gefunden in der Gegend. Das heißt, wenn wir tot sind, müssen wir alles wieder bis da rauf rennen. Ja, und wie wär's, wenn wir denn nicht sterben? Ach so! Ich hab Silbererkrankung fünf. Oh Mann! Ich hab Silbererkrankung drei. So, kannst ich mich in Silber hauen. Ich hab ja ungern eigentlich. Leg mir jetzt der Velo da her. Dann legen wir's da auch ab. Jetzt hab ich zwei immer noch. Dann dauern wir mein Verzauberungsgebäude. Ah, mein Silbererz... Ah, Silbererzzelto. Ah? Mhm. Ja... Weißt du, jetzt fängt gleich die Sonnenzitter an. Das ist dann halt auch nicht so smart, gell? Nein, ja. Da ist wieder voll viel zunach. Ja. Jetzt hab ich mich dran schon getrunken. Mit 37 Silbermünzen hab ich keinen. Oh eh. Aha. Okay, dann kamu sicher. Okay, dann kamu sicher. Man kann sie sogar herziehen. Oh, der... Der Feuer... Donato, der kommt gar nicht vor uns. Alter, oh! Wie viel Damage! Pfff, huuuh! Ich bin fast stelt. Oh, da muss ich mal los, wie ich irgendwie ane. Aha. Wir werden verpissen mit uns, Guni. Komm, das ist ja echt kein Wert. Okay. Wenn wir da tot sind. Das ist ja echt ziemlich am liebsten. Uah, boah! Hatte, nimmst du selber mit. Willst du das noch mit? Tschüss, Koski! Tschüss, Bert! Nette Unterhaltung. Massiert sich. Violeta. Ich hab ja auch keine Blutgruppe. Ich hab ja eine Ratte vorher gegessen. Ah, ja, das ist natürlich auch... Das passt schon. Oh, das ist mal der Kollege. Oh, da ist ein Ritter jetzt mal. Okay. Ist grad noch so ungeziefer Salbe. Nur mein Inventar blockieren. Ja, spannend! Au! Ah, hab ich mich verstanden. Ah, der hat mich vorgeschaut, also attackiert. Ja, genau! Die haben 35. Oh. Boah! Ui, ja! Dann kann ich mir jetzt das Ganze wieder in Heilung hinstellen. was ich noch grad geholt hab. Plus 13! Und 13! Und 13! Und 13! Und 13! Und 13! Und 13! Guten Morgen! und 13! Und 13! Und 13! Aber da unten ist ja so eine kleine schwere Miliz, Miliz-Langbogen, die sind nur Stufe 40. Ja, die ist offiziell. Mach dir noch eine kleine Schwefeabbau. Oh, da kommen noch andere Kollegen und es brennt. Ja, da kommen noch mehr. Ich verpiesel mich. Na, Sonne! Sonne! Au! 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 Ich bin tot. Hilfe! Ist wirklich tot? Ja, ich bin in der Sonne gestorben. Die ganze Brücke lang war kein Schatten. Ja. Ich glaube, ich blieb da leger, du kommst schon nach oben. Ja, aber das kann ich glaube nicht so lange. Wohl, ich blieb da leger zu... ach so. Ah ja, ich müsste es vielleicht in meine Richtung begeben. Das wäre schon ganz nett. Ich überleg grad, wie ich das mach. Mit wer ist die? Ja... Aber du liegst ja in der Sonne, oder? Ja. Ja. Ja, ich glaube, wenn ich da jetzt sogar anlauf... Ja, wir haben jetzt erst ein Viertel vorbei. Ah ja, okay. Nicht so, Vater. Jetzt nochmal drei Viertel, bis ich bei dir bin. Ich hab gewischt, ich hab's mir müsste eigentlich... Ja, kann ich da nix machen. Boah. Äh... Ja, eben nicht nochmal Teilschleiter. Ah, jetzt zieht's mir nix ab, okay. Okay. Und neun dann. Oh, das ist komisch, ich glaube. Eieiei. Oh, ich hab gekottet. Dann... Du hast schon Silber gefunden, oder? Der ist nicht Silber. Na, der ist Schwefel, wo ich noch nicht schau. Ja, voll. Ich hab ein Kler Silber, aber halt nicht viel, muss ich sagen. Wir brauchen ja Masse. Oh, da sind wieder ein paar. Du kannst fighten, ich hab' komplett kopiert. Hast du fighten nicht, oder? Doch, doch, doch. Also, ich hab extra grad da... ...eine... Rehgasse. Jetzt spring zu dir wieder nach, der Bulle. Da, jetzt bin ich da da. Ich glaub mir gar nicht mal... Ah, der vorne, da hat sich auch wiederbelebt. Und in den Triff. Ah, der arme. Wir haben ja einen kleinen Ausblick gesehen, oder? Oh, 82% hat der, wo du grad den töten hast. Schlag. Wow, das hat der Gott klar. Oh, der hat auch 82. Oh, der hat auch 82. Ah, nah 40, ey. Ah ja, unsere Pferde standen noch mal hingang, gell. Oh, so. Wow, Kurs Silber. Oder was? Ich... Ich stein. Oh, da stand nicht nur unsere Pferde mal hingang. Wow! Der hat sich umtreten und hat zuerst mal auf unser Pferd geschossen. Ich glaub eh auf die Pferd, weil... Minz hat dann auch keinen Damage. Ja dann, gell wir mal zurück. Ich muss sagen, ich hätte jetzt denkt, dass wir zumindest einen... äh... äh... ...relevant Punkt oder so was finden. Ja. Ja. Wir müssen halt zuerst die anderen Richtungen nur ein bisschen erkunden. Aha. Und so, dass wir unsere... Ja, halt Uffe bei uns, oder? Ja, und unsere Schuhe noch ein bisschen upgraden und die... Ja. Dass wir das finden. Ja, genau. Wahrscheinlich zuerst noch mal die Eisenmine. Dann zweimal durch. Wahrscheinlich. Ich hoffe, ich rede nicht schon wieder so ein Blödsinn sein. Ich bin ja mal... ...mit einem Baum hingeredet. Ähm... So. Äh... Was ist hinten hier? Das ist da oben. Aha, bitte irre. Ja. 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 Ich bin schon 7 Silber krank. Das ist nicht gut. Ja. 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 Ich bin schon 8 mit einem Pfeil noch. Ich bin schon wieder. Ich kann mir auch mal so eine Höhle machen. Ja, ich weiß nicht, in welcher Richtung man die machen kann. Irgendwo haben wir mal... Einen haben wir da mal gefunden, oder? Der Rückwerk, habe ich immer gemeint. Bei einem, wo wir gefunden haben, wäre ja... Dener mit F hätten wir reingern können. Echt? Ja, wo ich gesagt habe, der... Komm jetzt aber nicht rein. Ok, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir haben halt mal... Wir waren, glaube ich, auf dem Weg zu so einem V-Blutträger. Klar. Ja, immerhin, ein kleiner Erfolg. Wir haben also unsere... Erste Silber gefunden. Und Gegner, die wir vielleicht noch nicht finden wollten. Nennen wir es mal so. Aber... Waren uns gut geschlagen gegen's dir. Ja. Aber... Jetzt können wir ja dann nochmal... ...wetter durch in die Richtung. Genau. Aber damit... ...für die Folge... ...wiederschauen... ...und... Dein Gehauen. Von Gehauen. Ja. lingt... ...ah... Valeu. Ja. 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 Ja.